habe ich euch erzählt dass ich tom davis in ibiza getroffen habe ich war ja immer joggen also ich war ja joggen in ibiza und ich bin so voll kaputt den berg runtergelaufen und wer läuft mir entgegen er so voll springt den berg hoch ist so warte mal ich kenne den doch das war einfach er da habe ich geschaut im internet ist so krass erwarten ich bin